Intro Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge Wir befinden uns hier an diesem wunderschönen Park Weird, das sind Dennis und ich Und wir haben heute vor ein... Haha, er zeigt doch mich Haha, genau Wir spielen heute ein kleines Deathmatch In diesem Park mit, ich zeige es euch, mit der Gefechtspistole ohne irgendwelche Waffenerweiterung Geht es darum, dass wir uns killen und wir werden gleich ein 1 gegen 1 Deathmatch hier starten Hallo, nimm mal den Finger aus meiner Nase Unglaublich Leute, gibt es Das ganze Gelände umfasst hier also diesen Park Ihr seht das hier, dieses schwarze hier auf dieser Map Die Straßen dürfen wir nicht betreten, es sei denn wir sterben, dann spawnen wir außerhalb Dann laufen wir auf dieses Grundstück zurück und derjenige, der mich zum Beispiel dann gekillt hat Also wenn Dennis mich gekillt hat, dann muss er wieder in die Mitte laufen, damit er mich nicht gleich wieder killen kann, sobald ich das Gelände hier betrete Ähm, hallo, nimm mal deinen Finger weg Geh doch mal weg da Also Leute, gib Äh, ja, das sind soweit schon die Regeln Ganz easy heute mal, wir spielen drei Runden Ähm, alle fünf Minuten lang Und um das Deathmatch zu starten, darf Dennis mich einmal killen Dann lade ich ihn ein Ja Wir starten das Deathmatch und dann geht es los, Alter, wie ich da hänge Ähm, Westen dürfen wir nicht benutzen Nein Hm, ja Und wie gesagt, nur die Gefechtspistole Ich seh schon, du ziehst auf mich Ah Ah Oh Fuck Oh mein Gott Oh Gott, ich kann überhaupt nicht schießen Ja Okay, ich bin ja noch in der Mitte Komm, ich bin mal angerannt Ähm, Gefechtspistole, wir auswählen und let's go Geil Oh Gott Ich würde sagen, auch keine Snacks essen oder sowas Genau Das heißt, jetzt bin ich halt im Nachteil Hä Komm her Zeig dich Ah Oh Gott Nein Ja Kacke Leute, wundern Sie sich nicht über dieses 8 zu 1 Das war vorhin, weil wir getestet haben Da hat er mich einmal fünfmal killen dürfen Ja Das hat er natürlich gefeiert Hä, wo muss ich hin Da Ich bade Ich plansche Jetzt ist er auf dem Park Nein Doch Nein Doch Deine Strumpflitze Quatsch Deine Lüge Ich seh ihn nicht Hä, wo schießt der denn hin Und vor allem, wo ist er Ich seh ihn nicht Was, wo ist er Vor allem, er trippt mich auch nicht wirklich Oh mein Gott Der Teile hat mich gefunden Ja Der Schatten kommt Der Schatten kommt Scheiße Oh Gott Was machst du denn da Warum läufst du denn von mir weg Gute Frage Fuck Oh mein Gott Ich hab nur so ein fites Leben Scheiße Oh Mann Yo, au, wow Schon gleich auf dem Gelände, oh Gott Na, wo bist du Komm raus Zeig dich Hä Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Was Was Nein Wie Ach du Scheiße Oh mein Gott Oh Alter Nein Du hast gewonnen Nein Deathmatch ist zender Oh nein Okay, 1-0 für dich Alter Oh, jetzt werde ich angerufen Warte 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 doch mal stehen Ich hab dich schon 10 Mal umgebrüht Ist ja okay Oh, ich hab gar nicht Oh, scheiße Bring mich nochmal Warte Bring mich nochmal Oh, ernsthaft Ich hab angefangen Ja, weißt du Weißt du noch Am Anfang hab ich's auch immer Hab ich's immer gemacht Ich hab's immer aus Versehen Dann immer auf die Lehrtassen gedrückt Und jetzt Nein, da komm ich gar nicht raus Ah, scheiße Nein Oh mein Gott Was ist der denn? Komm her Nein Nein Scheiße Oh, nein, nein, nein Eigentlich wollte ich genau vor dich springen und dich erschlagen Alter Ich hab mich richtig erschreckt Oh mein Gott Mein Herz Alter Ja, auf einmal kamst du so rausgesprungen Alter, ich bin so schlecht, ne, Leute In der Tat Oh Gott, ich treff die ganze Zeit die Wand Oh nein Oh mein Gott Scheiße, ich bin fast tot Nein, weg Schnee weg Nein Oh mein Gott, ich musste nachladen Nein Ich musste nachladen In dem Moment kommt schon der Schuss What the fuck Ah Cool Ah, ah, stimmt Damit kann man auch Oh, es wird dunkel Oh Gott, ich hab die Wappen Ah, ich hab keine Wappen Ah Oh mein Gott Oh, ich hab dich gerade gesehen Ich hab dich Nice Wie du da so im Gebüsch hockst Von der Ecke Was Was Oh mein Gott Na wo bist du? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der kommt da Oh fuck Oh mein Gott Er ist im Gebüsch Der Sau Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Erstmal wechsle ich die Waffe Nicht so geil Na hallo Wo bist du? Was? Fuck Ganz ehrlich Was ist das denn? Ich bin so schlecht Ich hätte mich niemals Drop einlassen sollen Auf 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 Ein Deathmatch Oh Gott Das gibt später Rache Das weiß ich Ist nicht so länger Nicht so länger Das Ding ist mir auch Eine scheiß Position Oh Ah Nein Nicht schon wieder Okay 2-0 Hallo Alter So Jetzt Haben wir den Deathmatch Lester ruft dann Hallo Hallo Lester Geht's dir Okay Nächste Runde Okay eigentlich hat er ja gesagt Wir machen nur 3 Runden Das heißt du hättest sowieso Schon gewonnen Weil ich ja nur noch Eine gewinnen könnte Manchmal geht das gar nicht Ich seh ihn dahinter Das ist eine dumme Position Das ist eine richtig dumme Position Ich bin so dumm Oh mein Gott Muss nachladen Warum schlägt es einer denn nicht Du hackst doch Ganz ehrlich Ich habe auch schon zugeschlagen Meine Hand vorher ausgeholt Oh du bist schon auf dem Park Hallo Nein 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Er hat nicht geschossen Ja ja Na klar Ja ne wegen der Wand Er hält so Er hält so die Die Pistole An der Wand So als würde er gleich Das Gerne selber wegpusten Also Waffe aufs Wehen Habe ich fast vergessen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich seh die ganze Zeit Die Schüsse Oh Gott Oh Gott Lauf doch Lauf doch Was bist du Du bist Ding Lauf doch Ist nicht wahr Da Wo ist denn der Park Du bist ganz woanders Du bist bei der Polizeistation Ja moin Mal ein Auto holen Leute ich treff nicht Hallo stirb doch Lauf doch Geld Oder sowas Oh Gott Oh Gott Ich hab deinen Kopf gesehen Ja wo hin Ist klar Ja ich würde sagen Das wird eine ganz klare Niederlage Ich seh dich Ich seh dich Ich dich auch Oh Sag ich doch Nice Wunderbar Ich brauch noch einen Ich will einmal gewinnen Dann 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 Erstmal rüberrennen Waffe auswählen Ich würde jetzt hier nicht umfahren Vielen Dank Okay Da rennt er Hä Warum treffe ich dich denn nicht Wo schießt du denn Auf deinen Kopf Aber irgendwie ist der hinter so einer Wand Hä Das siehst du gar nicht Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Das warst du gar nicht Das ist hier so ein Das ist hier so ein Pfosten gewesen Ja moin Ja moin Upsala Das schneide ich raus Das muss man nicht sehen Nein Du wechselst mich ja mit deinem Pfosten Das geht ja gar nicht Wie du rumdödelst Tschüss Oh unentschieden Tony Hallo Tony Was geht Tschüss Tony Aber Tony ruft mich auch an Ja unentschieden Aber trotzdem Gewonnen Nein Leute Damit geht diese Runde auch wieder an Dennis Diese Folge Oha Ich weiß Ich weiß nicht was ich tun soll Du musst es langsam einholen Es steht damit Unfassbar Ich kann es nicht glauben Den 2.5 für Dennis Das ist Keine Ahnung Ich Ich kann da nichts zu sagen Ich glaube wir müssen mal irgendwelche Sachen machen Die ich auch kann Aber Bestimmt Bestimmt kommt irgendwann eine Challenge Wo du richtig gut bist Ja bestimmt Dauert noch ein bisschen Ich muss erst mal 5 5 Fünftalentes Die ich richtig gut kann Müssen kommen What the fuck Ja Leute Egal Auf jeden Fall hat Dennis diese Folge gewonnen Glückwunsch dazu Und wenn es euch gefallen hat Gerne eine positive Bewertung Da lassen Und dann natürlich Ganz dringend In den nächsten Folgen Auch wieder einschalten Um zu sehen Ob mir die Aufholjagd Gelingt oder nicht Oder ob Dennis Seine Siegesserie Weiter ausbauen kann Würde mich auf jeden Fall freuen Bis dann Euer Knew Talk Bye Bye Tschüss Zzzz Jaos